Du fragst, wo drückt der Schuppi-Sach heute denn? Wollt er nicht lauf? Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tog. Präsentiert von GoFreeConcepts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast. Heute mit der, wie ich so schön sage, Volksfußfehlstellung Nummer 1. Den Knicksenkspreizfuß und weil es so schön dazu passt, den Plattfuß nehmen wir auch gleich mit rein. Und weil ich ja schon wieder so schön wir sage, begrüße ich natürlich zuallererst meine liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Ja, da hast du aber lange für geübt, oder? Sag nochmal. Volksfußfehlstellung? Nein. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Geht mir flüssig von den Lippen, die Volksfußfehlstellung. Aber du liest es ab. Nein. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Wort Volksfußfehlstellung auch sehr oft in meinen Workshops und Vorträgen sage. Deswegen geht es mittlerweile sehr, sehr flüssig von den Lippen. Aber es generiert definitiv Aufmerksamkeit, weil Volksfußfehlstellung, wenn ich gleich mal sage, was hat er gesagt? Passt. Funktioniert super. Spannend. Und ist halt ja auch nicht falsch. Also fast jeder, der bei mir in den Workshops ist, fast jeder, mit dem ich unterhalte. Also ich glaube, ich habe mich mit ganz wenigen Menschen bisher überhaupt erst unterhalten, die mal beim Orthopäden waren und nicht mit der Diagnose Knick, Senk, Spreizfuß wieder nach Hause gekommen sind. Ja, kann ich auch ein Lied von singen. Soll ich mich mal outen? Also ich gehöre auch zu den Kandidaten. Also als Kind Knick und jetzt immer noch ungehalten Spreizfuß. Also von daher, das begegnet einem immer und überall. Volksfußfehlstellung. Volksfußfehlstellung. So, und du hast es ja gerade so schön schon ein bisschen angedeutet, als du sagtest, jetzt habe ich noch Spreizfuß. Ja. Ja. Die meisten gehen ja davon aus, dass die Volksfußfehlstellung, Knick, Senk, Spreizfuß, ein Krankheitsbild ist. Echt? Und jetzt, Überraschung, sind es ja gar nicht. Es ist ja nicht die, sondern es sind die Mehrzahl Volksfußfehlstellungen. Richtig. Eigentlich. Ja. Die kann man nicht zusammenwürfeln. Ja, kann man schon. Aber nur, indem man so schön runterrattert. Aber eigentlich ist der Knickfuß ein Krankheitsbild. Der Senkfuß ein Krankheitsbild. In der Ausformung, weiteren Ausformungen, ist das dann der Plattfuß als Krankheitsbild Nummer drei, über das wir heute sprechen. Und Krankheitsbild Nummer vier, der Spreizfuß. Richtig. Genau. So sieht es aus. Aber die werden tatsächlich oft zusammengewürfelt. Ja. Ja. Wir haben heute ein schönes Quartett für euch vorbereitet da draußen. Und dieses Quartett, da wollen wir nicht nur mal ein bisschen drüber reden, wie kommt es denn überhaupt dazu? Was ist so der Auslöser? Warum gibt es diese Krankheitsbilder? Warum erzählt euch der Orthopäde nicht immer unbedingt die Wahrheit über diese Krankheitsbilder? Und vor allem nicht, wie man sie wieder los wird? Und dann wollen wir euch ein paar Übungen anleiten, wie ihr das wieder loswerdet. Richtig. Weil das Allheilmittel heißt nämlich nicht die Einlage, auch wenn der Orthopäde mit dieser Diagnose auch immer sehr schnell die Einlage verschreibt. Sondern der Schlüssel zum Erfolg, um diese Volksfußfehlstellungen wieder loszuwerden, ist nämlich tatsächlich geziertes Training. Ich muss das echt üben, Alex. Das ist schwierig für mich. Volksfußfehlstellungen. Ja, wir verraten euch heute, was ihr tun könnt, abseits der Einlagenverordnung und wie man dann tatsächlich langfristig auch erfolgreich dann wieder einen gesunden Fuß hat. Du hattest auch mal Knick, Spreiz, Senk, Plattfuß? Also wenn man meinem Orthopäden glaubt, habe ich es noch. Knick, Senk, Fuß behaupte ich nicht mehr zu haben. Erstmal, weil ich es ausreichend trainiere. Ich finde es immer ein bisschen schwierig in der Eigendiagnostik. Also erstmal bin ich schmerzfrei. Punkt eins. Das ist schon mal das Wichtigste, gerade wenn wir über das Thema Fehlstellungen sprechen. Solange sie schmerzfrei sind, finde ich es auch immer noch unproblematisch daran, selber rumdoktern zu wollen. Das ist schon mal das Erste. Ich bin schmerzfrei. Habe keine Probleme, auch tatsächlich bei größerer Belastung wie beim Laufen. Was mich auch so ein bisschen dazu bringt, dass ich keine Fehlstellungen mehr habe, was den Bereich Knick, Senk, Fuß angeht. Und wenn ich mir meine Fußgewölbe und meinen Fußabdruck so angucke, dann glaube ich da auch mittlerweile nicht mehr dran. Auch wenn die letzte Diagnose nicht mal ein halbes Jahr her ist oder gerade ein halbes Jahr her ist. Aber Knick, Senk, Fuß glaube ich tatsächlich, habe ich nicht mehr. Beim Spreizfuß sage ich mal jein. Aber da kommen wir dann später ein bisschen näher zu. Ja, ja, genau. Da hauen wir noch ein bisschen um uns. Ja, mich verfolgt diese Diagnose oder diese Diagnosen auch schon mein ganzes Leben. Auch angefangen in meiner Jugend mit diesem typischen Knickfuß, weswegen ich dann auch wirklich mindestens ein Jahrzehnt tatsächlich in dieser typischen Einlagenverordnung drinne war. Und ja, irgendwann hieß es dann nicht nur Knick, sondern auch Senkfuß. Und den habe ich angeblich bis heute auch immer noch, obwohl ich auch seit mehreren Jahren schon nicht mehr Einlagen trage und auch dagegen antrainiere. Und das Witzige ist, was mich jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich verfolgt hat, im Dezember, da sagte mein Orthopäde, nee, ist gar kein Knick, Senk, Fuß mehr. Ich hätte jetzt auf einmal einen Hohlfuß. Und dann dachte ich, boah, krass, ich habe so stark trainiert, ich habe aus einem Knickfuß einen Hohlfuß gemacht. Aber nein, habe ich natürlich nicht. Das sind halt wirklich diese voreiligen Diagnosen von den Ärzten, muss man ganz klar so sagen. Ich habe auch selten erlebt, dass ein Arzt auch den Fuß anfasst und mal irgendwie verbiegt oder sich genauer anguckt. Das passiert dann meistens erst in der Physiotherapie oder wenn man dann zur Einlagenverordnung beim Orthopädie-Mechaniker ist. Der guckt dann nämlich tatsächlich, was da los ist unterm Fuß mit den Gewölben, aber der Orthopäde irgendwie schon lange nicht mehr. Von daher, liebe Zuhörer, passt auf mit diesen Diagnosen und ganz klar von mir einmal einen gut gemeinten Appell, ihr seid nicht eure Diagnose und es ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Man kann immer etwas dagegen tun. So, und jetzt legen wir bestimmt mal los und verraten euch, was ist das überhaupt, der Knickfuß? Wie sieht der aus? Alex, wie sah denn dein Knickfuß aus? Ja, wie mein eigener Knickfuß ausgesehen hat, ist es halt immer schwierig zu sagen. Ich weiß aber mittlerweile ja, oder eigentlich finde ich, ist der Knickfuß so ziemlich das Einfachste, was zu erkennen ist in erster Linie. Also, weil gerade so, wenn er extrem ist, siehst du ihn selbst in einem Schuh schon. Und im Endeffekt siehst du ja, wenn du dir den Fuß oder das Bein von hinten anguckst. Du gehst vom Knie eine gerade Linie runter und spätestens so kurz oberhalb des Sprunggelenks macht auf einmal der ganze Spaß einen Knick nach innen, Knickfuß, knickt der ganze Fuß nach innen und macht dann halt den Eindruck, als wenn dann quasi unterm Sprunggelenk das Ganze wieder, die Linie wieder dann zurück in die Mitte der Ferse kippt. Also, du hast quasi wie so ein Dreieck in Höhe des Sprunggelenks nach innen. So, als wenn die Sprunggelenker aufeinander zeigen, der war's, der war's. Richtig. Ja, schönes Bild. Genau. Und das ist so ein relativ einfach zu erkennendes Fehlstellungsbild, finde ich jetzt. Man sieht's sofort. Also, egal wo ich rumlaufe, ich sehe es regelmäßig und selbst, wie gesagt, schon durch Schuhe durch ist das überhaupt gar kein Problem, das zu erkennen oder zu sehen. Was ich schwierig finde zu sagen, ab wann ist der Knickfuß tatsächlich ein krankhafter Knickfuß, ne? Weil ich hab zum Beispiel viele Kunden, die stehen locker und dann knicken die fast alle ein, ne? Weil wenn du deine Muskeln entspannst, dann knickst du ja automatisch auch nach innen rein. Das ist ja die Bewegung, die du auch brauchst. Ja. Ne? So, und da frage ich mich natürlich, kann man da tatsächlich voreilig schon von einem krankhaften Knickfuß reden? Nee, kann man nicht. Wie überprüfst du das denn? Ich guck's mir tatsächlich beim Gehen an, weil beim Gehen hast du den Muskeltonus, ne? Und wenn du halt im Gangbild immer noch siehst, dass der ganze Bereich wirklich stark nach innen einknickt, dann ist das schon sehr deutlich. Aber ich finde auch im Stand, also gerade in so einer Coaching-Situation, wenn du sagst, stell dich mal gerade hin. Und das ist immer mein Satz, stell dich einfach mal gerade vor mich hin. Du, die Leute, die nehmen eine Muskelspannung ein, weil sie wollen ja gerade stehen, die fallen nicht in sich zusammen wie ein nasser Sack. Und wenn du dann aber immer noch diesen Knickfuß hast, dann bist du da eigentlich schon auf der richtigen Stelle. Die Frage ist dann immer nur die Frage nach der Ursache. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn du halt kein Arzt bist oder keine ärztliche Diagnostik zur Verfügung hast. Richtig. Ja gut, was mir auch auffällt ist, dass viele Menschen auch gar nicht diese Körperwahrnehmung haben, ne? Welches Gelenk sollte wo stehen? Und was ist mein Gerade? Also die Leute, wo ich sage, hier stelle ich mal gerade hin, die stehen nicht gerade. Da knicken trotzdem noch die Knie nach innen ein, die Füße nach innen ein. So und dann kommt die böse Yvonne und sagt, nee, das ist nicht gerade. Mach mal so, tu mal das und Gelenk hier hin und Knie dort und Becken aufrichten und tralala. Habt ihr ja gelernt, ne? Folge Körperkette. Ja. So und dann rücke ich die erstmal wieder gerade. Und das finde ich auch, da frage ich mich immer, warum passiert das beim Orthopäden schon nicht, ne? So. Patient, stell dich gerade hin. Ja, also tatsächlich, wenn ich jetzt so an die Diagnostik bei meinem Orthopäden auch zurückdenke. Also der hat zwei Tests in Anführungsstrich mit mir gemacht. Und zwar hat der gesagt, klempfen Sie mal die Hose hoch und hat von vorne auf meinen Fuß geguckt. Und dann hat er gesagt, jetzt drehen Sie sich mal um, hat von hinten auf meinen Fuß geguckt. Und dann hat er noch gesagt, stellen Sie sich mal auf die Zehenspitzen. Und dann war der fertig damit. Und dann hat er gesagt, Diagnose Knick, Senk, Spreizfuß, hier ist die Einlage, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, das ist immerhin mehr als mein Orthopäde. Also ich möchte über meinen Orthopäden gar nicht so viel Schlechtes sagen, tatsächlich, weil er mir wirklich viel geholfen hat bei meiner Ellbogenverletzung. Da war er wirklich gut. Und war auch der einzige von den drei erstbehandelnden Orthopäden, der tatsächlich die Schädigung festgestellt hat. Also von daher nichts Negatives gegen meinen Orthopäden. Aber beim Thema Füße bin ich nicht so ganz einverstanden mit ihm. Aber nicht jeder Orthopäde hat halt überall gleich viele Kenntnisse, Fähigkeiten. Jeder hat halt so seine Fachgebiete. Und da war er ein bisschen raus, fand ich jetzt. Oder zumindest in der Diagnose halt einfach so auf Standard. Und das fand ich halt ziemlich schade. Ja, Standard. Ist Standard beim Orthopäden. Zack, Einlagen drunter. Nächster Patient, bitte. Ja, ganz genau. Ja, wo hat denn vermutungsmäßig der Knickfuß seinen Ursprung? Also ich habe da ja im Rahmen meines Studiums tatsächlich eine Studienarbeit darüber verfasst. Nicht jetzt speziell über den Knickfuß. Es ging vielmehr um den Laufsport. Und ich habe da herausgefunden im Rahmen einer Literaturrecherche, dass viele, viele Schuhmodelle immer eine Pronationsstütze beinhalten. Pronationsstütze ist also, wenn ihr jetzt an euren Füßen mal runterguckt, da habt ihr diese Wölbung, euer Längsgewölbe. Und da packt der Schuhhersteller immer gerne eine Stütze hin. Das ist so, ja, im Fußbett, wenn ihr euch das anguckt, tatsächlich so eine Erhöhung, damit der Fuß mehr nach außen gedrückt wird. Was passiert dann, wenn man sowas dauerhaft trägt? Jetzt nicht nur im Laufsport, sondern auch im Alltagsgeschehen sind ja Turnschuhe Mode. Der Fuß bekommt die ganze Zeit eine Unterstützung, obwohl er die gar nicht benötigt. Und der Muskel sagt natürlich, ich werde nicht gebraucht, also kann ich mich zurücklehnen und verkümmern. So, und wenn ihr dann im Sommer mal ohne Turnschuhe unterwegs seid, dann knickt ihr natürlich nach innen ein, weil euer Muskel einfach nicht mehr so ausgeprägt ist, wie er eigentlich sein sollte. Das ist so der erste Ursprung, der mir einfällt. Sehr fatal. Auch gerade, wenn man Sport treibt und diese Pronationsstütze gar nicht benötigt. Das finde ich echt tragisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann halt eben, wenn man diese Pronationsstütze ist auch in vielen Einlagen direkt ja mit verbaut, auch wenn man sie gar nicht benötigt. Also wenn die Diagnostik eigentlich eine ganz andere ist, wird die da meistens mit eingebaut und plötzlich macht eine Einlage, die Problem A lösen soll, plötzlich Problem B als neue Baustelle auf. Ja. So ging es mir und so ging es zum Beispiel auch einem Kumpel von mir, der hat übrigens auch die Diagnose Knicksenkspreizfuß gekriegt und dann hat er mir seine Einlagen gezeigt und hat er mir gesagt, guck mal, ich habe hier ganz, ganz tolle Einlagen hier super gut und hochwertig gefertigt. Und das erste, was ich ihm gesagt habe, schmeiß sie weg. Kauf die andere Schuhe, geh barfuß, so viel du kannst, lass das sein. Das ist Müll, weil diese Einlage hatte eine Mittelpilotte. Okay. So, und das ist diese, kennt man auch von vielen Einlagen, diese Wölbung, die wirklich mittig in der Einlage ist. So, und ich hatte das Problem und bei ihm trat es tatsächlich, weil er hat erst nicht auf mich gehört, dann auch auf. Ich habe nämlich, als ich meine Einlagen gekriegt habe, auch so eine Einlage mit Mittelpilotte gekriegt und es brauchte keine zwei, drei Wochen, dann hatte ich eine Plantarfasziitis. Oh. So, durch diese Mittelpilotte, weil da so eine Dauerspannung drauf war. Und er bekam die auch. Und dann rief er mich ganz entsetzt. Er hat gesagt, Alter, kannst du zaubern? Hast du eine Glaskugel? Du hast ja recht gehabt. Er hat die Einlagen weggeschmissen. Mittlerweile geht es seinen Füßen besser, war so vor einem knappen Dreivierteljahr. Er hat ein bisschen auf mich gehört. Jetzt geht es seinen Füßen besser denn je. Ja, egal. Wir schwuffen ab. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir schwufften ab. Wir waren beim Knickfuß. Pronationsstütze. Ja, klar. Schuhe auch. Einlagen. Ganz oft diese als besonders gesund geltenden, tollen Schuhe, wo dann sagen, ja, guck mal, ich habe hier so einen Schuh mit einem ganz tollen Fußbett. Ja, kein Stock. Die haben das ja auch. Und dann sagen die Leute immer so ganz toll. Ah, ist das schön. Das tut dem Fuß so gut. Ja, nee, tut dem Fuß eigentlich nicht gut. Genau, im Gegenteil. Das haben wir ja schon mal so schön gesagt. Da haben wir zitiert von Liebscher und Bracht. Alles, was dem Fuß unterstützt, macht ihn abhängig von dieser Unterstützung. Ganz genau. Das ist das große Problem. Und da sehe ich auch so die Einlagen eher kontraproduktiv, gerade beim Knickfuß. Der Knickfuß ist meistens, meistens, nicht immer, ein muskuläres Problem. Und wenn ich jetzt dauerhaft Einlagen trage oder halt diese Fußbettpronationsstütze im eingebauten Schuh, dann mache ich genau das Gegenteil. Ich trainiere die Muskeln nicht, sondern ich entwöhne die sogar noch mehr. Ja, das ist das große Problem. Von daher verstehe ich da weder die Diagnostik noch tatsächlich die Behandlungsmethode. Das geht mir nicht in den Kopf. Und das ist wirklich einfach zu beheben. Also ein Knickfuß-Training baut man total simpel auf. Man trainiert tatsächlich die Muskulatur. Der Fuß muss sich von alleine wieder halten in der Schräglage oder, oder, oder. Oder wie du schon sagtest, viel barfuß gehen. Bewusstheit in die Sprunggelenke reinbringen. Wo stehen die? Und dann erledigt sich meistens das Problem von alleine. Genau. Vor kurzem erst eine Diskussion, würde ich es gar nicht nennen, ein Gedankenaustausch tatsächlich. Oder, oder, ja, tatsächlich hat sie den Ratschlag auch so angenommen in einer kleinen Diskussion. Ja, ich nenne es jetzt einfach Diskussion, um es zu vereinfachen im Internet. Die war auch beim Orthopäden ähnliche Diagnose gekriegt und auch direkt Einlagen. Und sie dürfte jetzt keine Barfußschuhe mehr tragen, weil, dass sie Barfußschuhe getragen hat, wäre überhaupt der Auslöser erst, dass sie Barfußschuhe während der Schwangerschaft getragen hätte, wäre jetzt der Auslöser dafür, dass sie jetzt Knick-Senk-Spreizfüße hätte. Ja, schon mal eine Aussage, die ich an sich sehr anzweifle. Also es gibt immer noch Naturvölker, die ohne Schuhe Kinder zur Welt bringen und trotzdem gesunde Füße haben. Dass die Füße sich während der Schwangerschaft verändern, ist auch völlig normal. Und sie anschließend noch totzulegen durch Einlagen und gedämpfte Schuhe, was der Orthopäde angeordnet hatte, fand ich doppelt fatal. Und ehrlich gesagt war die erste Frage, die ich gestellt habe, hast du Schmerzen? Und als sie sagte, nein, ich habe keine Schmerzen, das ist immer ganz wichtig, habe ich gesagt, dann hol die Einlagen gar nicht erst. Wenn du schmerzfrei bist, arbeite lieber an deinem Fuß, kräftige deinen Fuß und nimm die Einlagen nicht. Nimm die Einlagen nur dann, wenn du sie benötigst, um schmerzfrei zu sein. Und ansonsten versuche einfach wieder deinen Fuß, deine Muskulatur zu regenerieren. Die Einlage ist für eine Regeneration kontraproduktiv. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich war ja auch mal schwanger, so ungefähr vor 15 Jahren. Und da hatte ich auch tatsächlich das Problem. Meine Frau behauptet, ich bin es noch. The body and the voice. Sorry, das musste sein. Wir brauchen wieder Outtakes fürs nächste Jahr. Nein, das bleibt drin, glaube ich. Ja, also wir Frauen, nicht unbedingt der Alex, aber wir Frauen während der Schwangerschaft haben halt das Problem, dass unsere Strukturen nochmal richtig weich werden. Klar, der Körper muss sich ja auf was vorbereiten. Und dann passiert es tatsächlich, dass nicht nur die Muskeln, die Sehnen und die Bänder weich werden, sondern auch noch das Fasziengewebe. Und dann haben wir Frauen einfach in Sachen Füße die A-Karte. Also alles bricht quasi, wenn man Pech hat, so wie ich, nochmal richtig zusammen. Oder ein Fuß wird auf einmal länger als der andere. Das ist mir auch passiert. Ganz ätzende Geschichte. Aber gut, dann ging das bei mir ja auch los mit den Einlagen. Damals war ich vor 15 Jahren halt noch nicht auf dem Stand von heute und zack, wieder Einlagen. Und ganz oft ist es ja auch so, Knickfuß, vor allem aber auch gleich, wo wir noch zukommen zum Thema Senkfuß, ist ja auch ganz oft im Rahmen der hormonellen Umstellung in der Pubertät eine Diagnose, die da oft gestellt wird, leider. Weil auch da hat es eben halt mit der hormonellen Umstellung zu tun und dann wird ganz oft eingegriffen. Du sagtest ja gerade selber, in der Jugend schon hattest du dann Einlagen bekommen. Und auch da genau das Falsche, wenn man einfach da dann hergeht und dem Jugendlichen anleitet, vernünftig sein Fußgewölbe wieder aufzubauen, indem man es kräftigt, indem man mit Sport, mit nicht immer die dicken, fetten Sohlen und eben halt nicht immer direkt sofort die Einlage, dann würde wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dann würde in einem sehr, sehr großen Prozentzahl der Fälle das Ganze sich mehr oder weniger alleine erledigen. Und dann der restliche Teil, der müsste vielleicht noch ein bisschen zusätzlich trainieren. Und was dann noch übrig bleibt, das sind die, die wirklich in den schmerzhaften Bereich gehen. Da sprechen wir dann wieder über die Einlagen zur Schmerzfreiheit. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Wir sprechen ja immer dann, wenn ich schmerzfrei bin und dadurch mir keine größeren Probleme verursache, dass ich daran arbeite. Das müssen wir, glaube ich, immer dazu sagen. Wer Schmerzen hat, sobald er Schuhe auszieht, der sollte das auch erstmal sein lassen und dosieren und dann langsam anfangen. Ich habe da mal einen Rüffel gekriegt, dass ich da ein bisschen zu pauschal war und gesagt habe, das ist immer gut. Und ja, dieser Rüffel war insofern berechtigt, wenn es dazu gilt, eine Schmerzfreiheit herzustellen, dann sollte man das auf jeden Fall natürlich erstmal zusehen, dass man schmerzfrei bleibt. Und nicht über Tabletten, sondern indem man den Schmerz an seiner Ursache erstmal packt. Ja, dazu gehört allerdings auch, dass man auch guckt, was ist die Ursache dahinter? Was macht mir tatsächlich Schmerzen? Ja, ich habe zum Beispiel momentan eine Kundin, die ist, oh Gott, lass mich lügen, die ist kurz vor 90, 88, 89, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen ohne Ende, jetzt wieder das nächste Paar Einlagen verschrieben bekommen. Und ich habe gesagt, wir tasten uns mal langsam da ran. Ne, Ganganalyse gemacht, Halux Valgus war da, klar, da war einiges an Baustellen. Ich habe ihr jetzt gesagt, probiere mal die und die Schuhe aus, dann erstmal mit Einlagen, dann guckst du ohne Einlagen und dann versuchst da auch mal barfuß zu gehen und so weiter und so weiter, Abwechslung reinbringen. Nach drei Wochen rief die mich an und sagte, Yvonne, du glaubst es nicht, aber ich lasse die Einlagen weg und ich bin schmerzfrei. Ne, also es kann so oder so sein. Manchmal muss man auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen und ausprobieren. Denn das gilt natürlich nicht für alle und das muss auch immer gut begleitet sein. Man kann das nie pauschalisieren. Ein Schmerz signalisiert auch, ganz klar, aber ein Schmerz schickt einen auch immer in eine Schonhaltung. Und das erlebe ich halt auch ganz oft. Und da kann man halt nicht immer nur sagen, aber nee, tut weh, mache ich nicht. Manchmal muss man da auch leider durch. Kommt halt immer darauf an, worum es geht. Ja, vor allem ist es ja auch oft so, dass dann die Schonhaltung selber sich so einschleift, dass die Schonhaltung selber zur Fehlstellung wird. Und dann ist es zwar im Zusammenspiel hinterher auch wieder schmerzfrei, aber eben auch nicht sinnvoll. Also schmerzfrei und sinnfrei. Böse Kombi. Böse Kombinationen. Deswegen sagst du es völlig richtig. Da muss dann ein externes Auge einfach drauf sein, das dann sagt, du hast jetzt mit Beseitigung von Baustelle A, Baustelle B aufgemacht. Da ist noch mehr im Argen. Da müssen wir dran. Knickfuß ist, um jetzt mal wieder zurückzukommen, ganz oft keine alleinstehende Fehlstellung. Wie ja schon, Knicksenkspreiz ist immer so das, was so parallel gesagt wird. Und meistens ist es so, dass die auch zusammen auftauchen. Gerade Knicksenkfuß ist extrem häufig zusammen auftauchend, weil der Fuß eben durch das Einknicken im Sprunggelenk nach innen gepresst wird, zu Boden. Und das führt dann meistens zum Spreizfuß. Nee, zum Senkfuß. Zum Senkfuß. Ich erzähle auch manchmal, da haben wir doch. Also bevor ich jetzt noch mehr verwirrtes Zeug schlose, Senkfuß, au rein. Senkfuß, genau. Wenn ihr euch um euren Knickfuß nicht kümmert, kann es halt passieren, dass das Längsgewölbe überlastet ist und sich absenkt. Das ist dann der typische Senkfuß. Das kann eine Folgeerscheinung sein aus dem Knickfuß, muss es aber nicht. Es kann auch passieren, wie bei mir zum Beispiel während der Schwangerschaft, wo das Gewebe und die Strukturen weich geworden sind durch die Hormonumstellung, dass ich tatsächlich das Längsgewölbe nicht mehr von alleine gut halten kann und dass sich das deswegen absenkt. Eine Ursache von vielen. Aber meistens ist es immer eine Folgeerscheinung von einem Knickfuß. Aber auch hier ist ein Kraut gegengewachsen. Das heißt nicht wieder unbedingt die Einlage. Klar, in der Akutphase mit Schmerzen macht das bestimmt erstmal Sinn. Aber auch hier kann das Längsgewölbe wieder aufgebaut werden. Man kann das via trainieren. Man kann da wieder Spannung in die Strukturen bringen, sodass ihr dann halt wieder von dieser Diagnose irgendwann freigesprochen wird. Auch hier ist nichts in Stein gemeißelt. Ganz wichtig. Wenn man sich allerdings um dieses Problem auch nicht kümmert, dann kann es kommen zum Plattfuß. Dann ist man wirklich sehr bodennah. Also man erkennt das immer gut am Fußabdruck. Der Fußabdruck, der ist dann tatsächlich sehr bodenfüllend. Also wenn man jetzt von Ferse bis zum Großzieh eine Linie ziehen würde, dann wäre der Bereich komplett ausgefüllt. So kann man das ungefähr beschreiben. Wer jetzt so einen Fußabdruck mal vor Augen hat. Das sind halt so diese Erscheinungen, die halt passieren können. Dieser Dreiklang, sag ich mal. Erst Knick, dann senkt es sich ab und dann ist das ganze System ganz platt. Spannend ist übrigens, ich habe mich nochmal in Vorbereitung auf die heutige Folge, wollte ich einfach mal schauen, was gibt denn das Internet zum Thema Senkfuß her? Und da bin ich auf eine Fachseite, eine orthopädische Fachseite getroffen, die dann das Krankheitsbild Senkfuß separat behandelt hat. Und da stand dann drin, häufig auftretend ist der erworbene Senkfuß bei Frauen im Alter ab 50. fand ich in zweierlei Hinsicht extrem spannend. Erstens wurde nämlich nicht weiter darauf eingegangen, wie man sich den erwirbt. Wurde einfach gesagt, der wird erworben. Wie? Egal. Ist halt dann so. Also über die Zeit entstanden, ohne wirklich auf eine Ursache einzugehen. Das war das Erste, was daran interessant war. Und das Zweite, was daran interessant war, es spiegelt für mich nicht die Lebenswirklichkeit wieder, dass es hauptsächlich Frauen ab 50 trifft. Weil ich so viele Menschen jeglichen Geschlechts weit unter den 50 Jahren jetzt schon gesehen hatte, in Coachings hatte oder sonst irgendwas, die einen Senkfuß hatten oder eine Senkfußdiagnose haben, dass das für mich wirklich nicht die Lebenswirklichkeit spielt. Frauen ab 50 seien davon am häufigsten betroffen. Naja, okay. Gucke mal. Hormone. Also Pubertät, Schwangerschaft, Postmenopause. Das sind so diese drei großen Hormonbereiche. Ich weiß ja nicht, wenn wir Frauen, ich bin ja noch nicht 50. Mal gucken. Ich kann ja mal Buch darüber führen. Ja, genau. Mach mal. Na, aber ganz ehrlich, wie viele Leute auch so in meinem Umfeld mit Anfang 20 diese Diagnosen auch dann teilweise schon haben und auch völlig geschlechtsunabhängig, kann ich das, wie gesagt, aus meiner Lebenswirklichkeit einfach nicht so nachvollziehen. Also ich sehe das tatsächlich völlig geschlechtsunabhängig und meistens schon diese Diagnostik zum Beispiel, also zumindest schon lockerflockig so ab dem 20. Lebensjahr durchgängig ganz viel. Und deswegen fand ich das irgendwie schon erstaunlich. Es mag sein, vielleicht gibt es da statistische Erhebungen zu, alles gut, aber ich fand es wirklich erstaunlich, weil es sich mit meinem Erleben einfach nicht deckt. Ja. Ich finde den auch sehr spannend, diesen Mythos, dass sämtliche Menschen mit Übergewicht auch Plattfüße haben. Kennst du den? Ja, ich bin das beste Beispiel, dass das nicht so ist. Also ich habe Übergewicht, aber ich habe keine Plattfüße. Also ich bin, glaube ich, von Plattfüßen sehr weit weg. Ich muss aber zugeben, dass ich das häufig auch sehe. Ich glaube aber nicht, dass das zwangsläufig so sein muss, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch oft sich gegenseitig bedingt. Klar, natürlich, wenn unsere Füße das Fundament sind und extrem viel Gewicht da oben drauf drückt, klar, aber wenn tatsächlich viel drauf drückt, dann sollte es doch eigentlich mehr den Trainingseffekt haben, dass sich das Gewölbe sogar tatsächlich mehr stabilisiert. Ja gut, jetzt kommt es natürlich wieder darauf an. Jetzt können wir mal ein bisschen fies sein und einfach mal behaupten, die meisten Menschen mit Übergewicht werden auch nicht viel trainieren für ihre Füße. Jeder Schritt ist ja Training für Übergewichtige, wenn sie keine Schuhe haben zu einer Pronationsstütze. Ja, aber wie kommt, also ich selber kann das über mich selbst behaupten. Mein Übergewicht kommt so ein bisschen durch mangelnde Bewegungen. Ich habe viel sitzende Tätigkeiten und ich bewege mich einfach ein bisschen zu wenig. Ich merke das nämlich immer dann, wenn ich wieder regelmäßig Sport mache, dann purzeln bei mir die Kilos in relativ kurzer Zeit. Ganz deutlich. Deswegen bei mir ist es tatsächlich so, dass Bewegungen und Übergewicht sich extrem bedingen. Zu wenig Bewegung heißt, Gewicht geht nach oben, mehr Bewegung, Gewicht geht nach unten. Und wenn ich das Pendel jetzt einfach hernehme und das ist ja auch mein Erleben bei, also ich habe auch ein paar übergewichtige Personen in meinem Umfeld und da habe ich auch so den Eindruck, dass halt zwischen Bewegung und Nahrungsaufnahme gibt es halt eine Diskrepanz. Und wenn ich mich zu wenig bewege, dann habe ich auch nicht genug Trainingseffekt für meinen Fuß. Gut, jetzt gibt es auch diejenigen, die sich ausreichend bewegen, dass der Fuß gesund ist und trotzdem noch mehr essen, als sie abbewegen. Das ist dann wieder noch eine andere Gruppe, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber tatsächlich, ich glaube, bei denjenigen, wo sich Übergewicht und Plattfüße bedingen, da ist es auch tatsächlich so, dass eben kein Trainingseffekt für den Fuß eintritt, weil die sich eben auch zu wenig bewegen. Da ist dann die Bewegungsdiskrepanz einfach zu groß. Ja, richtig. Manchmal habe ich auch recht. Na gut, doch, ich gebe es heute zu. Manchmal hat Alex auch recht. Danke. Bitte. Danke, danke, danke. Ich fand das übrigens sehr lustig, die Rückmeldung. Ich finde das witzig zuzuhören, wenn Alex so bei den Diskussionen Argumente rausfeuert, da hätte ich allein schon Bock drauf, ich weiß noch, mitzudiskutieren, obwohl ich mit ihm einer Meinung bin. Fand ich total geil. Fand ich eine super Rückmeldung. Hat dich gelesen, fand ich super. Schön abgefeuert. Wusste ich noch gar nicht. Wie witzig. Also, liebe Leute, nur zu. Es ist anstrengend, Alex, hier ständig auszubremsen. Ja. Die wedelt immer mit roten Fahnen hier im Video. Ja, mit einem Pflaster. Stoppschilder. Das ist ein Pflaster, was ich dir am liebsten auf den Mund kleben würde. So, ich bin auch mal wieder dran. Ja. Nein, alles gut. Es hält sich in Grenzen. Ja. Ja. Der Spreizfuß. Ui. Ui. Ja, das ist auch mein Lieblingsthema. Der Spreizfuß. Nähkästchen auf. Der Spreizfuß wird zweigeteilt diagnostiziert. Ist jetzt falsch. Zwei Symptome. Der Spreizfuß wird meist mit zwei Symptomen benannt. Das erste ist halt ein Auseinanderdriften der Fußknochen. Und zwar der Fußstrahlenknochen. Also die wirklich nach vorne dann in die Zehen auslaufend sind. Das ist Nummer eins. Das Auseinanderdriften. Punkt zwei ist eine Überlastung der Metastasalköpfchen. Also das sind im Ballenbereich die Knochen unterm Fuß. Von Metastasalkopf zwei bis drei, beziehungsweise zwei bis vier. Das sind also, wir fangen beim großen Zeh an zu zählen. Eins und zählen runter bis zum kleinen Zeh. Die fünf, dann wisst ihr, wo zwei bis drei, beziehungsweise zwei bis vier sitzt. Mit Teil zwei bin ich einverstanden. Finde ich in Ordnung. Wenn ich da eine Überlastung habe, dann ist das für mich ein Krankheitsbild. Das Auseinanderdriften der Zehenstrahlen finde ich zu undefiniert. Sagen wir es mal so. Ja. Weil, wir haben ja gesagt, ein natürlicher Fuß ist v-förmig, hinten die Ferse ist der schmalste Punkt und vorne der Fuß, die Zehen der breiteste Punkt. Wenn ich mir jetzt Schuhe, konventionelle Schuhe angucke, dann ist vorne wie hinten gleich breit. Ganz oft hieße, wenn ich das jetzt als Normbild hernehme, müsste der natürlich ausgeformte v-förmige Fuß automatisch als Spreizfuß gelten, wenn man nur auf die Ausformung und die Aufspreizung der Zehenstrahlen geht. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Nee, ich auch nicht. Weil ich denke auch, so eine Diagnose kann man tatsächlich nur stellen, wenn man ein bildgebendes Material hat. Röntgenbild oder MRT oder weiß der Henker was. Bin ich voll bei dir. Weil ich glaube, das ist auch eine Diagnose, die sehr voreilig getätigt wird. Höre ich auch sehr, sehr oft. Und wenn ich mir dann die Gewölbe angucke bei meinen Kunden, dann muss ich auch mit dem Kopf schütteln und sagen, nein, da ist kein Spreizfuß vorhanden. Weil nämlich die Belastung wirklich schön gleichmäßig ist. Und das ist immer ein schönes Ediz. Guckt euch eure Füße an. Schaut einfach mal, wie die Hornhaut verläuft. Also ich habe tatsächlich einen Spreizfuß. Dadurch bedingt, dass ich als Kind Sichelfüße habe, arbeitet tatsächlich mein Quergewölbe nicht richtig. Und ich habe tatsächlich vermehrt Hornhaut genau an diesen besagten Stellen, Metatharsal, Köpfchen 2 bis 4. Da ist bei mir die Hornhaut extrem ausgeprägt, weil da mit die größte Belastung im Gehen hingeht. Und Alex sucht seine Füße. Ja, gefunden habe ich sie. Ich weiß ja, wo sie sind. Meistens am anderen Ende vom Körper. Ziemlich weit unten. Aber ich habe es jetzt tatsächlich für mich selber auch nochmal so nachvollzogen. Ich wollte jetzt einfach wissen, wo habe ich meine Druckstellen, meine Hornhaut, meine dickste Lederhaut so gebildet. Und gucke jetzt gerade, ja, Metatharsalkopf 2 auch. Aber tatsächlich nicht mehr bei 3 fortfolgend, sondern eher bei Metatharsalkopf 2 und im Bereich Halux. Ja, ist doch super. Ja, ich glaube auch, dass das bei mir vor allem daran liegt, dass ich ja eine ägyptische Fußform habe. Mein zweiter Zeh ist ja länger als der große Onkel. Und da weiß ich, dass ich das ganz oft so ein bisschen kompensieren muss, damit wirklich noch der große Onkel als letztes den Boden berührt und nicht der zweite Zeh. Und deswegen glaube ich, dass da so zu dieser leichten Hornhautverschiebung Richtung Metatharsalkopf 2 kommt. Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber tatsächlich, 3 und 4 sind eigentlich hornhautfrei, so weit. Supi. Ja, deswegen war das jetzt gerade, wo du es so sachtest, fiel mir das so ein, dass ich da schon länger nicht mehr nachgeguckt habe. Läuft doch. In was sind das Wort, das läuft gut. Diese Bilder werden wir nicht in die Face-Gruppe einstellen. Nein. Doch, warum nicht? Warum können wir nicht auch mal Hornhautbilder posten? Doch, finde ich eigentlich ganz gut, dass man tatsächlich mal auch sehen kann, Hornhaut wächst da, wo sie benötigt wird. Und bei vielen Fußstellungen kann man da wirklich Schlüsse rausziehen. Das ist so. Hornhautdiagnostik. Genau. Klar. Wichtiges Ding. Geht eigentlich ganz gut. Ja. Aber ist halt immer so die Frage, Fußsohlen triggern ja natürlich auch in die eine oder in die andere Richtung. Ich persönlich versuche das ja immer so ein bisschen zu vermeiden, meine Fußsohlen zu posten. Ich glaube, in meinem Profil gibt es, glaube ich, drei Bilder von meinen Fußsohlen oder so. Ist nicht viel drin. Nee, besser ist. Aber anderes Thema zu anderer Stelle. Anderes Thema kommt noch. Genau, kommt noch. Ist in Arbeit. Sprechen wir drüber. Von Fußeckel bis Fußerotik wird irgendwann mal kommen. Ist im Laufe des Jahres auf jeden Fall fällig. Können wir schon mal so sagen. Wir sind da in Vorbereitung zu. Wir haben schon ein paar Interviewgäste angefragt und auch schon Zusagen. Und wir arbeiten dran. Kommt ans. Genau. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Thema, dem Spreizfuß. Jo. Was tut man gegen den Spreizfuß? Also mein Orthopäde möchte natürlich auch ganz gerne immer, dass ich Einlagen trage mit Pilote. Ist teilweise sinnvoll, um auch tatsächlich wieder die Metatasalen anzuheben, dass die halt da nicht den größten Druck haben. Und die Knochen, die gehen natürlich dann hoch Richtung Cuniformi, also Richtung Würfelbeine. Und da liegt ja eigentlich Kern des Problems. Weil die sitzen nicht richtig, die klaffen auseinander und die muss man wieder zusammen kriegen. Das ist eine Fußfehlstellung, finde ich. Die ist sehr, sehr schwer wegzutrainieren. Oder wie siehst du das? Wie würdest du den Spreizfuß angehen, wenn jemand da tatsächlich Probleme hat? Also tatsächlich glaube ich, dass auch gerade dieses Auseinanderdriften im Mittelfuß ganz viel mit einer Schwäche einhergeht, mit einer muskulären Schwäche. Und da ich vom Erleben her den Spreizfuß nie als Einzeldiagnose gesehen habe bisher. Ich habe den Spreizfuß immer nur erlebt in Kombination mit Knick-Senk. Und ich glaube, oder ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, weil es eben mir selber auch so geht, gehst du den Knick-Senkfuß erfolgreich an, ist der Spreizfuß genauso passé. Wenn du einfach wieder ein gekräftigtes Gewölbe bekommst, ein Fuß also wieder eine natürliche Stellung bekommt aus sich heraus, also durch seinen eigenen Muskel halt, durch seinen eigenen Sehnen halt, dann kann sich das auch wieder regenerieren. Schwierig wird es immer dann, wenn dann halt noch andere Baustellen dazukommen, wie bei mir zum Beispiel. Und das ist auch was, wo ich dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe bei mir mit der Diagnose Spreizfuß. Bei mir hieß es Spreizfuß mit Spaltmaßverringerung im Bereich der Würfelknochen. Das geht für mich nicht einher. Also entweder habe ich aufgespreizt, also zu große Abstände dazwischen, oder es ist verengt. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Wenn es natürlich so eng wird, dass hinterher alles aufeinander reibt, dann ist es halt auch kacke. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Dann muss man tatsächlich auch schauen, wenn es dann halt schmerzhaft wird. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich auch eine Fuß-Rücken-Arthrose. Die begegnet mir auch oft. Also wenn wirklich nicht daran gearbeitet wird und dann anfängt Knochen auf Knochen irgendwann zu reiben, ist richtig Aua. Dann kommt es halt zur Arthrose, dann steift das Ganze ein und dann wird es wirklich unschön. Ja, also ich übe mich da jetzt auch noch in anderen Techniken. Also ich hatte bisher auch immer versucht, mehr Längsgewölbe zu trainieren, Großzehkraft zu trainieren. Also wirklich auch den Großzeh nach unten mehr zu forcieren. Dann habe ich tatsächlich auch mal übertrieben. An meinem Halux valgus, am linken Fuß, habe ich das übertrieben mit der Großzehkraft nach unten und hatte dann das Phänomen, dass tatsächlich der Großzehballen, also das Großzehgrundgelenk, sich tatsächlich abhob. Das ist ein bisschen viel dann. Das war ein bisschen viel, genau. Habe dann aber festgestellt, wenn ich diese Verschraubung übe, diese Torsionsbewegung, dass ich damit tatsächlich gut fahre und dass ich da auch tatsächlich dieses Spreizfußproblem wieder besser in den Griff kriege. Ja, Übung. Schönes Stichwort. Lass uns doch mal den Hörern ein paar Übungen geben. Wir haben jetzt ja schon gesagt, barfuß gehen kann schon eine Übung in sich sein, wenn man es vernünftig macht. Aber wir können ja noch ein paar gezielte Übungen empfehlen, weil barfuß gehen alleine ist ja jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Gerade wenn ich halt meine Muskulatur in die Arbeit kriegen möchte, muss ich auch was zu tun bekommen. Wenn ich jetzt auf meinem Fliesenboden zu Hause von A nach B schlurfe, dann hat der Muskel eigentlich ja auch nicht so viel Arbeit. Das heißt, ich empfehle schon mal als erstes Unebenheiten. Auf unebenen Gelände, auf schrägen Ebenen, auf Unebenheiten einfach jeglicher Art. Vielleicht ein Barfußpfad in irgendeiner Form. Auch ein schönes Thema. Wir sprechen ja in der nächsten Folge über einen Indoor-Barfußpfad unter anderem. Da sprechen wir über Trainingsgeräte. Im nächsten Konzeptgespräch sprechen wir über Trainingsgeräte unter anderem von Bearwood mit einem Indoor-Barfußpfad zum Kaufen für eigentlich gutes Geld. Sprechen wir dann aber, wie gesagt, drüber. Aber das ist so eine Sache. Also wirklich den Fuß an die Arbeit kriegen. Und das ist eigentlich einfach. Das ist recht einfach. Sobald es wackelig ist zum Beispiel. Genau. Wackelig, schräge Ebene, wie gesagt. Wenn ich in den Wald gehe und da liegt ein Baumstamm an der Seite, dann mal über den Baumstamm balancieren einfach. Schön so, dass der Fuß auch vielleicht nicht ganz oben on top, sondern mit einem schönen Breiten so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen schräg steht. Hilft schon super. Ich kann mich auf ein schräges Brett stellen und ganz toll ein Bein stand und dann nicht mit den Armen viel rudern. Das ist so eigentlich die einfachste Übung, weil sie keinerlei Hilfsmittel bedarf. Ich stelle mich einfach auf ein Bein und versuche, mich nur über die Fußmuskulatur des Standbeines auszurichten. Wer das noch nie gemacht hat, der wird den Muskelkater seines Lebens am nächsten dauernd im Fuß haben, wenn er das ein paar Minuten macht. Aber es ist halt einfach wirklich genial. Ja und effektiv. Also das fordert wirklich die Muskulatur enorm. Wichtig dabei sind mir immer zwei Dinge. Zum einen macht es langsam. Nicht huschi huschi habe ich gemacht und fertig. Der Muskel muss ja erstmal, ne, hoppla, ich werde gefordert, was passiert denn hier jetzt? Der muss sich ja neu ausrichten. Gerade wenn ihr jahrelang in Schuhen gelaufen seid mit nettem Fußbett oder Einlage oder Pronationsstütze. Also das braucht Zeit. Also macht bitte Übungen generell immer langsam. Und das Zweite ist wichtig. Achtet dabei ganz bewusst auf eure Körperhaltung. Guckt euch eure Sprunggelenke an. Wo ist euer Knöchel? Wenn euer Knöchel Richtung innen zeigt, versucht den bewusst nach außen zu drücken. Guckt eine Etage höher. Wo sind die Knie? Zeigen die Knie auch nach innen? Drückt sie nach außen. Das wäre auch ganz wichtig, dass ihr immer da auch in Kombination trainiert. Knöchel, Knie wichtig in der achsengerechten Haltung halten. Genau, wie Knie und Fuß zusammen wirken, haben wir ja glaube ich in der Körperkette auch einmal dargestellt. Wo wir gesagt haben, stellt euch mal gerade hin und drückt mal die Knie nur nach außen, wie das Fußgewölbe hochkommt. Genau. Ja, Pobacken zusammenkneifen und so. Ja, ja, war eine nette Folge. Genau, genau, genau. Ja, und da ist ja wie gesagt ganz einfach. Wenn ich das Knie nach außen drehe, dann kommt das Fußgewölbe ja schon hoch. Also das ist ja schon wirklich das Einfachste überhaupt, weil das alles halt miteinander irgendwie verbunden ist. Ja, und es tut wirklich dem Fuß gut. Also nicht nur bei Knickfüßen, sondern auch tatsächlich bei Senk- und bei Plattfüßen, aber auch beim Spreizfuß sind diese Übungen einfach genial. Das sind so die Basics, die man eigentlich immer und überall, egal bei welchen Fußfehlstellungen, anwenden kann, kann man so sagen. Ja, absolut. Keine Frage. Was mache ich noch viel für, eigentlich auch für all diese Fehlstellungen bietet sich immer an, noch mit Blackroll oder Blackball, also mit so einem Faszienball oder Faszienrolle zu arbeiten. Vor allem aber auch dann in dem Fall der Faszienball. Und jetzt kommt ganz was Verrücktes. Und zwar, wenn ihr ein Problem habt, dass euer Fuß nach innen knickt, müsst ihr die Außenseite eures Beins bearbeiten mit dem Faszienball. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, hilft aber. Und zwar, wenn ihr den Ball zwischen Schienbein und Wadenmuskel entlang fahrt, dann werdet ihr das merken, wenn ihr euch hinsetzt und geht in so eine Art Z-Sitz. Also, dass das Bein, das ihr jetzt bearbeiten wollt, im 90-Grad-Winkel quasi vor euch liegt. Und dann nehmt ihr den Ball da drunter, hebt das Bein ganz leicht an und fahrt mit dem Ball über den Fuß. Dann werdet ihr von vornherein merken, wie der Fuß sich bewegt, ohne dass ihr da in irgendeiner Form Einfluss drauf nehmt. Und das ist genau halt der Hintergrund, weil da müsst ihr dann durch den Faszienball ein bisschen auflockern, dass da Druck genommen wird. Und dass dann, ja, der Fuß wieder frei ohne Druck und Zugbelastung oder falsche Druck und Zugbelastung wieder ein bisschen arbeiten kann. Muskeldysbalancen ist das Zauberwort, ne? Danke dir. Bitte dir. Der eine Muskel zieht in die eine Richtung, der andere Muskel in die andere Richtung und das sollte halt immer ausgeglichen sein. Und wenn das nicht ausgeglichen ist, dann zieht euch der Muskel, der überfordert ist, in eine unschöne Position und daraus kann natürlich dann eine Fehlstellung entstehen. Ja, Faszientraining bin ich auch richtig Freund davon. Also das Erste, was man bei mir auch immer kriegt, sind Flummis, Murmeln und Tennisbälle. Da geht es dann immer mit bei. Na klar, von Blackroll gibt es mittlerweile auch Bälle. Na, aber wer es günstig haben will, der kann auch einfach mal bei seinen Kindern im Kinderzimmer kramen und da mal die Murmeln und die Flummis rausholen. Ja, oder nimmt halt einen Faszienball von einer anderen Marke, gibt es ja auch einen günstiger oder anders so und so. Wir haben jetzt zwar immer diese eine Marke genannt, aber da gibt es ja ganz viele andere Marke. Ja, glatt soll es sein. Wichtig ist glatt, also nicht irgendwelche Igelbälle. Glatt und hart vor allem, also hart genug. Ja, genau, glatt und hart darf es sein, weil Igelbälle massieren das Gewebe, aber da hat der Muskel nichts von. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wenn ich einen alten Tennisball nehme, kann das auch sein, dass der schon zu platt ist. Da muss ich schon ein bisschen mehr Gegendruck haben. Von daher sollte es schon so ein Faszienball sein oder was man auch immer häufiger sieht aus dem Sportbedarf, so ein Cricketball oder Baseball oder sowas, die sind schon hart genug. Oder wenn man es ganz krass mag, dann nimmt man sich so einen Golfball, der ist richtig fies, weil so klein und ja, gibt es genug auf dem Markt, was man dann nehmen kann, Triggerpoints und wie sie alle heißen, ohne Ende. Was ist denn so deine Lieblingsübung, die du immer eigentlich empfiehlst? Ja, das, was der Fuß absolut verlernt, ist tatsächlich diese Verschraubung, also wirklich diese Kraft nach unten mit dem Großzeh auszuüben. Und das finde ich ganz wichtig, weil durch Schuhe tragen oder Einlagen tragen ist das halt einfach nicht mehr möglich. Im Fachjargon heißt das Torsion und das übe ich immer ganz gerne. Einmal auch für mich wegen meinem eigenen Fußproblem, aber auch immer mit meinen Kunden und da gibt es natürlich auch super Hilfsmittel. Man kann das auch ganz ohne Hilfsmittel machen. Einfach den Fuß jetzt im Sitzen ganz gerade hinstellen, versucht eure Knöchel nach außen zu drücken und dann merkt ihr schon, wenn die Knöchel nach außen drücken, dann hebt meistens Großzehgrundgelenk ab. Und jetzt versucht ihr aber das Großzehgrundgelenk, obwohl der Knöchel nach außen gedrückt ist, wieder Richtung Boden zu bewegen. Und wenn man diese Kraft ausübt, bei Ungeübten sagt man dann sofort, Autsch, Krampf, kann ich bestätigen, passiert mir auch noch sehr oft. Aber wenn es krampft, dann wisst ihr auch, da ist euer Punkt, wo ihr dran arbeiten müsst. Da wehrt sich nämlich ein Muskel gegen diese Übung und da müsst ihr tatsächlich ran. Dann ist das eure Übung. Und diese Torsion, die ist halt super wichtig. Auch gerade für die Gewölbe ist die wichtig, weil diese Verschraubung stabilisiert die Gewölbe. Gerade das Längsgewölbe profitiert davon. Und das ist wirklich wichtig zu üben. Das ist so meine Lieblingsübung mittlerweile. Ja, geht auch sehr nah an so eine Toga-Übung, die ich dann auch immer gerne mache. Viele bezeichnen sie auch als kurzen Fuß. Weil du stellst den Fuß einfach hin und du ziehst die Zehen nach hinten, aber nicht indem du sie krallst, sondern du ziehst sie flach in diese Gecko-Zeh-Stellung, wie sie so schön genannt wird. Und ziehst aber den großen Onkel genauso nach hinten. Und zwar indem er flach auf dem Boden liegt. Du lässt den großen Onkel flach auf dem Boden und auch das Grundgelenk flach auf dem Boden und ziehst aber nach hinten Richtung Ferse. Dadurch rüchtert sich das Gewölbe auch auf, triggert den gleichen Muskel an. Ja, richtig. Der gleiche Muskel, das stimmt. Das ist eine super Plattfußübung. Da hast du recht. Ja. Das ist so. Ja, die Übung, die ich meine, die kann man auch noch schön verschärfen, indem man zum Beispiel Keile sich noch drunter packt. Kennst du das? Ja, habe ich auch immer hier, Holzkeile. Ja, richtig. Ja, ich habe Gummikeile. Ich bin da ja Weichei. Es gibt so nette Gummikeile, die kann man auch übereinander stecken. Dann werden die also vom Winkel auch noch anders. Und damit kann man diesen Effekt natürlich auch noch richtig gut verschärfen, indem man halt an der Ferse innen den Keil ansetzt, sodass halt das Sprunggelenk nach außen möchte. Und dann im Vorfußbereich setzt man außen einen Keil, sodass halt diese Torsion, diese Verschraubung richtig forciert wird. Oder man macht das genau andersrum. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einen Gummikeil hat. Man kann natürlich auch mit dem Großziehgrundgelenk gegen einen Gummikeil arbeiten und den Drücken pushen. Das ist dann wie ein Widerstand. Und so trainierst du natürlich dann auch wieder den Muskel. Da gibt es nette Sachen. Ja, das stimmt. Ich habe halt Holzkeile, weil ich bin immer ein Freund von, ich möchte meinen Kunden immer einfachen Lösungen anbieten. Und so ein Holzkeil für 50 Cent im Baumarkt gekauft und dann glatt geschliffen. Oder du nimmst gleich die geschliffene Variante für 1,20 Euro. Bringt dich da schon mal ziemlich weiter. Und du brauchst nicht extra irgendwelche Sportgeräte für 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro aufwärts kaufen. Auch nicht richtig. Genau. Und deswegen habe ich immer diese Holzkeile. Aber diese Idee mit dem gegen das Gummidrücken ist eigentlich gar nicht schlecht. Da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen. Meine Gummikeile, die habe ich aus dem Internet vom großen A auch recht günstig. Das war irgendwie ein Zehnerpack für 8 Euro oder so. Keine Ahnung. Die sind echt stapelbar. Das ist echt witzig. Durch Zufall entdeckt. Aber mir sind die immer noch zu steif. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal aus dem Discounter, hört sich total doof an jetzt, aber Beißringe für Babys genommen. Da kannst du nämlich auch super gegendrücken mit dem großen Zeh. Okay. Auch interessant. Es gibt nämlich ganz nette Varianten und die lassen sich auch gut missbrauchen. Ich habe ja auch so Yoga-Blöcke, die ich jetzt allerdings für was anderes benutze. Gibt es sowas nicht auch als Keile? Ja, aus Quark ist das dann, oder auch aus Gummi? Nee, nee, nee. Ich habe aus Gummi tatsächlich. Aber ich meine, sowas gibt es ja auch als Keile. Wäre auch noch eine Idee. Ja, ich kenne jetzt Quark-Keile, also tatsächlich auch aus dem Yoga-Bereich. Die sind natürlich sauteuer. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Die sind auch hart. Die sind dann auch, da hast du das auch nicht. Aber wenn diesem Schaumgummi-Zeugs, wenn es die Keile auch aus diesem Schaumgummi-Zeugs, das wäre auch noch eine Variante. Lass uns doch mal ein Patent anmelden. Lass uns doch mal selbst was produzieren. Ja, dann hätten wir das jetzt hier nicht erzählen dürfen. Ach so, schade. Aber du kannst das noch ausschneiden. Aber ich glaube, tatsächlich, das gibt es schon. Müssten wir uns mal auf die Suche machen. Oder wir nehmen auch gerne Hinweise von unseren Hörern entgegen. Danke. Ja, und ansonsten gibt es ja noch ein Trainingsgerät, das bei uns unterm Weihnachtsbaum lag. Ja, ich freue mich drauf. Dürfen wir schon was verraten? Ja, ne? Ja, klar. Vielen, vielen Dank von hier aus. Jetzt noch mal an den Christian von Go Free Concepts. Der hat der Yvonne und mir nämlich was Nettes unter den Weihnachtsbaum gelegt, nämlich ein Blackboard zum Testen. Und da werden wir euch in der nächsten Folge, wo es um Trainingsgeräte wie gesagt geht, werden wir euch nicht nur die Sachen von Barewood aus der Slowakei vorstellen, sondern eben auch Blackboard vorstellen und auch ein paar Trainingsmöglichkeiten davon ein bisschen näher bringen. Und ja, da freut euch mal drauf, weil das sind zwei sehr schöne, sehr tolle Systeme. Die ich sehr gerne nicht nur selber benutze, sondern da freue ich mich auch schon drauf, die das erste Mal beim Kunden anwenden zu dürfen, weil bei mir ist im Moment nichts mit Kunden. Ja, Corona sei Dank. Ja. Ja, ist so. Nein, ich freue mich da auch drauf. Also ich halte von den beiden Herstellern auch wirklich sehr, sehr viel. Kann ich echt nicht anders sagen. Und das ist ein Tool, das ist echt bereichernd. Also das bringt nochmal in das Training nochmal richtig einen ganz effektiven Touch rein, finde ich. Ja, aber da beim nächsten Mal sehr viel mehr, sehr viel expliziter dazu. Da haben wir einiges zu erzählen und zu berichten, auch jetzt vor allem natürlich aus Selbstversuchen. Ja, wir sind uns für nicht zu schade. Selbstversuche. Nein, 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 nein. Da kommt ja auch noch das eine oder andere auf euch zu, liebe Hörer. Wir haben noch ganz viele Tests in Vorbereitung. Ja, freut euch drauf. Da ist noch eine ganze Menge Spannung drin. Und ja, ich glaube zum Thema Knicksenk-Spreizfuß müssen wir da noch irgendwas jetzt erstmal sagen? Nein, einfach nur seid nicht eure Diagnose. Seid mutig, was zu hinterfragen. Seid mutig, ein Training anzufangen und das Ziel zu haben, irgendwann die Einlagen loszuwerden. Das ist wirklich nichts Invasibles. Das ist definitiv wieder herstellbar. Ja, und schmeißt da nicht die Flinte ins Korn, nehmt Kontakt zu uns auf und guckt auch mal gerne in unsere Facebook-Gruppe rein. Wir verraten euch da gerne nochmal auch bildlich ein paar Übungen. Ihr seid damit nicht alleine. Jeder zweite, jeder dritte Mensch laut Orthopäde leidet darunter und da ist definitiv ein Kraut gegen gewachsen. Ja, und vor allem immer, wenn egal welcher Arzt euch sagt, da müsst ihr jetzt ein Leben lang mit leben. Gerade ganz besonders, wenn es um Einlagen geht. Hinterfragt das. Geht vielleicht auch mal zu einem anderen Orthopäden oder sucht einmal einen Alternativmediziner in Anführungsstrichen auf. Also ein Osteopath hat da aus meiner Erfahrung ganz oft nochmal einen anderen Blickwinkel oder ein Physiotherapeut eben auch und hinterfragt vielleicht auch mal beim Orthopäden, ob nicht eine Trainingsmöglichkeit Physiotherapeutik oder dergleichen auch noch dazu angebracht ist. Der eine oder andere Orthopäde ist da mittlerweile zum Glück auch offen für und ja, wird da vielleicht auch mal durchaus offen für sein, wenn ihr mit ihm ein Gespräch darüber führt, dass es noch Alternativen zur Einlage gibt. Ja. Ja, in der Hoffnung, dass ihr solche Orthopäden findet. Ich kann übrigens schon mal verraten, dass wir einen solchen Orthopäden auch hier im Podcast noch im Interview haben werden. Jippie. Bei Gelegenheit. Ja, also die generelle Zusage, dass er kommt, haben wir schon. Es geht jetzt nur noch um einen Termin, dass wir das Interview auch machen können. Er ist viel beschäftigt, tatsächlich im Fernsehen zu sehen, regelmäßig mittlerweile. Und ja, kommt dann alles weitere zu gegebener Zeit. Und ich würde mich auch unterstützen. Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ich spür das Gras unter meinen Füßen. Ich spür das Gras unter meinen Füßen. Ich spür das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg. Ich lauf hier hoch hin und auf. Die Schuhe aus. Ich hab die Teile weg. Die Schuhe aus. Ich bin offen. Ich fühl mich frei. Ich fühl mich gut. Ich fühl mich neu geboren. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich bin frei. Ich schrei. Ich lauf. Hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt Ich steh fest für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Werk hinab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuh, ich sag heute nicht ohne, ich lauf barfüß, barfüß Ich bin ein Kontrollfreak, bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Welt sind Ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin leer Ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt Ich steh fest für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Werk hinab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuh, ich sag heute nicht ohne, ich lauf barfüß, barfüß Ta-ta-ta-ta-ta-ta Untertitelung des ZDF für funk, 2017